Hallo ihr Lieben, wir grüßen euch heute aus einem anderen fernen Land, nein so fern ist es gar nicht, von unserem neuen Zuhause aus sind wir jetzt eine halbe Stunde gefahren in die tschechische Republik, ne wie sagt man jetzt tschechien, also früher als ich klein war sagte man tschechai. Wir sind hier gerade über den Grenzenübergang gefahren und fahren jetzt Richtung Podutschki. Wir fahren durch Feewald, hier vorne sieht der Patrick. Hier können wir euch nochmal die Autobahn zeigen, die also auch zwischen den Wäldern und Feldern ganz elegant durchführt. Ja, so sieht die Autobahn aus. So ihr Lieben, wir sind jetzt angekommen an einem kleinen Badesee. Wir sind einfach auf gut Glück gefahren, sind jetzt in der Nähe von Ostrovic. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche. Ja und jetzt stehen alle hier und staunen. Freuen sich über den Hund, der sich in der Wiese holt. Ja, also hier werden wir heute den Tag verbringen und ordentlich abtauchen im Wasser. Ja, wir haben uns jetzt schön abgekühlt. Die Kinder hatten genügend Sand zum Spielen. Und jetzt gehts wieder Richtung Karsbad und dort wollen wir uns eine Unterkunft suchen. Hier sind die kleinen Mäuse, die Frauen sind ja nicht zu uns. Der Patrick ist schön vorne. Und unser Großen. Na ja, ich bin ja nie. Wie ist es eigentlich? Na ja, wie ist das? Na ja, wie ist das? Na ja, wie ist das? Ja, wie ist das? Ja, wie ist das? Ja. Ich bin ja nicht. Musik Produkte. Natürlich ein bisschen kleiner. Nichts für uns und auch von den Süßigkeiten, die auch nicht für uns sind. Süßes, 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 Süßes. Noch Mais-Süßes. Das können wir nehmen. Was haben wir noch hinterher? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Also hier drüben sind die guten Quellen. Wollen wir auch trinken, ja? Weil heute hier ein Tempo-Tempo, ein Radrennen ist. Und jetzt suchen wir noch nach einem Hotel oder nach einer Pension, die nicht so überteuert ist. Ich dachte, wir sind gerade doch im falschen Viertel. Wir sind selber noch ein Stück dahinter. Und das Wasser ist dann sehr heiß. Da können wir nicht rein. Aber das kommt auf der Erde. Das heiße ist Wasser. Da kann man auch so nicht rein. Wir haben jetzt doch noch eine günstige Unterkunft für unsere Familie gefunden. Wir sind hier in der Pension Villa Rosa in Karlsbad. Schmeckt sich gerade? Wir machen uns jetzt fertig und dann gehen wir erst mal zum Frühstück. Unser Ausblick. Total idyllisch, nicht wahr? Na ja. Und hier geht es in das Bad. Lass bitte die Tür noch zu. Das sind wunderschöne, süße, kleine Badebeine hier. Ja. Da passen nur zwei Kinder rein. So lassen. Okay. Komm hier. Komm hier. Lasers. Das waren alles. Das war's. Lass. Das war's. Neue. Lass. Platz ist. Lass. 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 Was ist muß. Lass. 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 Wir haben jetzt unser Zimmerchen verlassen, haben uns einen neuen Parkplatz für unser Auto gesucht und wollen jetzt runter zu den Quellen gehen nach Karlsbad und jetzt hören wir von hier oben noch ein bisschen mehr. Hier wachsen die Aagebutten genau. Alle barfuß. Ich will mal was sagen. Lass ich auch mal was sagen? Was willst du denn sagen? Hallo, wir erwachsen die Aagebutten. Dann ist Musik drauf. Aber bei der Heisequälte sind wir angefangen. Gut. Da willst du dann? Oh, was haben wir denn hier feines? Ein Kornelkirschenstrauch. Die haben wir auch im Garten, aber... Sauer, ne? Und reif. Die sind reif. Doch. Ein bisschen könnten sie noch, aber... Man kann mir das ja vorstellen, wenn das jetzt sehr gesund sein soll. Sind auch sehr gesund, ne? Wenn vielleicht zusammen mit Datteln essen oder Früchtetee. Oder trocken mit süßer Rieger draus machen. Und wenn es macht, dass du dich singen willst, dann will ich dir diesen Tune und rennen mit dir. Ich versuche nicht zu schälen, aber ich will auch zu hören. Ich versuche, dass du dich hörst. Wir haben jetzt die Quellen gefunden. Die Quellen für Frauen, wo also keiner in den Wald gehen muss. Manche sagen auch Durchfasern. Wir gehen jetzt gleich mal rein. Ich hole mal unsere Schnabeltasse raus. Und? Schmeckt's gut? Eklig? Schön. Du wirst du was dazu sagen? Schmeckt nicht gut, gell? Schmeckt eklig. Aber guckt euch mal die ganzen Note an. Den schmeckt es. Alles wirklich mhhhhh. Mhhhhh. Hätte jetzt 30 Grad kaltes Wasser. 30 Grad kaltes Wasser. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Das liegt am ganzen Wasser. Guck mal. Guck mal auf alle Seiten. Guck mal auf alle Seiten. Das ist das. Man kann es sehen. um ein Kalt. Hier kann man sehen. Da ist das heiße Wasser. Hier unten kommt das Wasser her. Das ist von irgendeiner Stelle hochgepumpt. Hier blubberts und plätschert auf dem Tisch. Ich bin dein Liefer, ich mache, es ist deinem Geist. Ich nehme es, Ich nehme es, ich nehme es, ich nehme es, ich nehme es. Wenn das irgendwie in die Interesse ist, dann, ich nehme es, ich nehme es, ich nehme es, That's what I want For thousands of years The only way to hear Music was in the flesh From rocks and sticks and gourds To lyres and harpsichords Nachdem wir eben im chinesischen Restaurant etwas Tofu und Gemüse und Reis gegessen haben Schauen wir uns jetzt die Stadt mal etwas weiter ein Gell? Gell? Ich fühle mich ordentlich nach hier Nam nam Riecht doch ganz süß Mh, nach Obladen, oder? Ich glaube nicht, dass Obladen sind Eis Ich weiß auch nicht Auf mir ist das süßes Gepäck Süßgeraden Ah, vielleicht gibt es jetzt Rüben Nein, da gibt es nur Rippchen Rippchen gibt es da Ich habe vom Barfußlaufen Einen Karbumi an meinem Fuß Oh, I Also Barfußlaufen ist nicht immer sehr hygienisch Okay Am Schuh kriegst du es dann auch nicht mehr ab Am Fuß kriegst du es leichter ab Aber am Schuh tritt sich es dann wieder ab Nee, da tritt sich es bestimmt ein So, wir können mal schauen, wie Obladen gebacken werden Wenn man dann welche einlegt Frische Da hinten Da hinten liegen frische Obladen, die Kunden dringen hin Und die haben dann frisch gebacken Leider mit Milchpuffern Und da hinten ist das Meer Wie ist das? Das war richtig Möjig Musik 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 Das war's für heute. You couldn't own music, so there was no back. Music was a moment, and that was the only time. You'd ever hear that song played quite like that. Oh, for thousands of years, the music goes in your ears. And the memory of the sound was all that was left. But clever humans, you just couldn't take it. You had to go and make it more complicated.